Das ist ja auch noch eine Sache, dass eine ganze Community ihren Spaß dabei hat, ziemlich saugute Mods zu machen. Also sehr wirklich... Ja, es wird Zeit, dass wir aufhören. Wirklichkeitstreu, ja. Ihr habt schon fast 4 Uhr. Das macht wahrscheinlich mit dem Großteil aus eigentlich, dass du das so einfach auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen kannst. Ja, und vor allen Dingen, wenn du mal die Kommentare zu manchen Mods liest, da sind die Leute echt sauer, wenn da irgendwas nicht so richtig stimmt. Oder du hast eine blaue Armaturenfarbe statt Bernstein genommen oder dieser Blinker passt nicht zu dem Original oder so irgendwas. Ich denke, das ist eine ganz andere Voraussetzung von Spielen. Und natürlich kannst du, wenn du ein Shooter-Spiel machst oder so, das nicht vergleichen mit den Simulatoren. Und es ist auch kein Wirtschaftssimulationsspiel wie Siedler oder so irgendwas, wo du auch ganz anders rangehst. Ich habe ehrlich gesagt auch meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Spiel zuerst, weil ich richtig hektisch war. Ich wollte was erreichen und ziemlich schnell Ziele erreichen, aber das ist gar nicht Sinn des Spiels. Es ist einfach mehr zum Schillen oder so, dass du langsam was aufbaust. Und das Problem, dass wir jetzt warten müssen, bis sowas gewachsen ist, ist ja auch nicht, weil wie gesagt, der Surfer läuft ja weiter. Ich habe eine Idee, das muss ich noch ausprobieren. Komme ich auf den Mülleimer drauf? Bin ich drauf? Ja. Aber das Dach ist immer noch zu hoch und es ist eine Kante drauf. Ja, man kann auch, kann man auch Blödsinn machen, okay. Achso, du willst hüpfen dann auf die Veranda. Nee, geht auch nicht. Aber Auto. Oh, verdammt. Ich finde es schade, dass man das Auto nicht nehmen kann. Das ist doch so ein BMW, nee, Suzuki oder so, oder Skoda. Ich kann mich mit der Autos nicht aus. Ich kann ja nicht fahren, der wird. Nee, ich komme nicht hoch. Können wir den Ski? Ja, der springt halt nicht. Der Raps ist reif. Aber du bringst mich trotzdem nicht dazu, dass es, oder es sieht ja schon ein bisschen. Vielleicht soll ich doch die Zeit noch ein bisschen, also auf langsamer drehen. Was hast du denn da? Hä? Was hast du denn für Zeitstufe genommen? Fünffach, glaube ich. Fünffach? Ja, wohl. Fünffach, da wären jetzt nicht schon so viele Stunden rumgegangen, glaube ich. Jawohl. Geh mal weiter. Jetzt ist es aufs Bienenhaus. Ja, und vom Bienenhaus weiter. Hurala, hurala, ich rutsche runter. Na. Verdammt. Das finde ich auch saugeil bei Minecraft. Dass Leute da, äh, Parcouren und so weiter gebaut haben. Die Adventure-Maps. Ja. Hm. Ja, so ging es mir auch gerade. Naja, ich, da hätte ich es, glaube ich, näher heranstellen müssen. Ja, außerdem ist es jetzt nicht gut, mitten in der Nacht bei den Bienen aufs Dach rumzuhüpfen. Ja. Ich steig dir aufs Dach. Die können uns das bestimmt übel nehmen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich kann über die Hecke springen. Ja, ja, kann man. Mit zwei Sätzen geht das. So schräg angesetzt und dann, hopp. Au. Achso. Das, nee, das haben wir ja noch, äh, gekonnt. Jetzt machen wir weiter, ob du... Ja, nee, das geht nicht. Der, irgendwie, sagt er direkt davor ab. Huchala. Na gut, jetzt haben wir eine Lebensaufgabe. Wir wollen irgendwann aufs Dach kommen. Huch. Ach, der springt immer nicht. Vielleicht... Dass ich genau weiß, wann ich abspringen muss. Alle. Zuvor. Ah! Oh, oh, oh. Das... Ah. Ich wollte eigentlich Schluss machen. Aber... Das lasse ich mir doch nicht auf mir sitzen hier. Ey, wir haben Solar auf dem Dach. Wir haben Solar auf dem Dach? Jo. Die... Wo denn? Ach, da. Das ist ja böse. Da kaufen wir ein teures DLC und schon... So. Ach, Solarplatten sind's. Zweimal hier. Und du hast nach unten geschaut und bist dann gehüpft, oder wie? Ja. So ging's mir auch immer zu. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen ein Silo und machen wir leer. Da wird Bier reingefüllt und dann lege ich mich mal direkt drunter und lass laufen. Komm, Chaka. Ja, ich bin jetzt unter Druck. Das kann ich nicht, wenn einer zuschaut. Ich drehe mich rum, so. Äh. Kann man nach... Nee, du kannst nicht heimlich schauen. Beim Auto geht's, aber so nicht. Ah. Abgestürzt. Nee, das klappt nicht. Okay, ich komm wieder runter. Was mich jetzt interessiert, ob ich's nochmal schaff. So. Runter gucken. Sprinten. Hüpf. Jetzt hab ich mir voll die Stirn an der Wand aufgekratzt. Sprinten haben wir ja auch noch. Nee. Auf, ich will jetzt fertig. Jo. Nee. Da hab ich fast das Gefühl, dass es ohne Sprinten besser geht. Ich glaub, ich hör aufs. Tatsache. Du bist wieder drin? Ja, ohne Sprinten. Oh, das ist doch blöd. Ja, da mach ich eine 15-Minuten-Folge draus. Jawohl. Und hier kommen wir ohne alles runter. So, hier sind vier. Auf dem kleinen Vortrag, da wo du drüber gerannt bist. Ah, ich seh's grad. Leute, ihr braucht euch kein DLC zu kaufen für Solarzellen. Die sind schon hier oben drauf. Ist doch Solarzellen beim DLC, oder? Ja, schon. Geräte diverses. Ja, Solaranlage. Kann frei auf der Karte platziert werden. 125.000? Ja. Okay. So, nun ja. Ja. Wollte ich auch grad sagen. Ich würd sagen, für die erste Aufnahmesession, ich glaub, ja, doch, das ist einiges. Vier Uhr nachts. Das war einfach toll. Ja, hat mir Spaß gemacht in der Richtung. Boah, ja, dann würd ich sagen, machen wir mal Schluss und, wie machen wir denn? Wir unterbrechen die Aufnahme und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht E-Mail-Adressen oder so weiter austauschen. Das machen wir dann offline. Ja, genau. Dann können wir sagen, wie wir es anschreiben. Oder wir können es ja auch über YouTube anschreiben, ist ja auch eine Möglichkeit. Eben. Brechen wir erstmal die Aufnahme ab. Richtig. Also, ich hoffe mal, das hat ein bisschen, ja, Spaß gemacht, auch wenn es viel hin- und hergefahren war. Aber trotzdem, ein bisschen Gaudi war ja trotzdem noch zwischendrin mit. Also, war jetzt nicht so, dass es bloß langweilig ist, auf dem Feld herumeiern. Also, der erste Spaß war auf jeden Fall mit dem Auto auf der Straße. Spricht du mit mir oder zu deinen Zuschauern? Ich spreche eigentlich gerade mit dir so. Achso, ich wollte schon sagen, wir sind jetzt schon bei Folge 25. Da hört ja keiner mehr zu, der es nicht Spaß gemacht hat. Ja, Folge 25 nicht ganz, aber ja. Ja, also Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht. Ich würde gerne weitermachen. Mal gucken, bis wir, weil ich werde jetzt hier wahrscheinlich erstmal, ich weiß gar nicht, so schnell werde ich vielleicht doch nicht gar nicht wieder auf dem Server drauf gucken mit Aufnahmen und so. Weil jetzt haben wir doch einen recht großen Vorlauf, also... Genau, dass wir ein paar Kommentare abwarten. Mal abwarten. Genau. Ja, also wie gesagt, wir treffen uns ja noch so. Ich wünsche mal meinen Zuschauern noch einen schönen Abend, weil ich ja meistens spät aufnehme, dann sage ich immer Abend. Ja. Und ich verabschiede mich mal dann. Ich verabschiede dich auch. Und tschüss. See you. Juhu, servus Leute. Hier mein erster kleiner Solo-Part wird, wie gesagt, nur ein kleiner Solo-Part befindet mich hier gerade noch mitten in der Nacht. Und jo, der Raps ist reif. Ne, was ich jetzt aber allerdings hier gerade mal machen möchte, und zwar haben wir ja das Problem mit den guten Dukes-Kisten hier. Die sind übel, die Spritfresser. Kurioserweise haben wir trotzdem wieder vier Liter hier drin. Für was auch immer diese vier Liter sind. Oh, Leuchtturm. Cool. Also ich weiß nicht, woher wir diese vier Liter haben. Ich werde es einfach dazu nutzen, um den Kern jetzt wenigstens mal von der Straße runterzuholen. So. Wie wäre ich es dann in den Straßenrand? So. Und der steht hier schön in meinem Kuhstall. Der kann auch stehen bleiben. Ne, was ich jetzt machen möchte. Wir haben ja ein bisschen Geld. Und das werden wir jetzt mal im Schub verwenden. Und zwar hier. Einen schönen Zweier-Golf für 185 Euro. Ich meine, hey, ist ein altes Auto. So. So. Gleich mal kaufen. Und da haben wir die gute Kiste. Der hat einen größeren Tank. Der verbraucht weniger. Das Einzige, das mir da nicht so richtig gut dran gefällt, ist, ja, die Kameraposition. Die ist irgendwie ja nicht so prall. Aber nun ja. Innenraum ist auch nicht so derb toll gemottet. Aber, hey, es ist ein Fahrzeug, mit dem wir gut rumfahren können. Und das sogar nachts leuchtet. So. Mal Licht anmachen. Ich muss mal schauen, was er alles kann. Ob da noch irgendwas dazu gemottet wurde. Ne. Einfach nur. Gut. Ein ganz normaler Uber hat er. Die zwei Kisten werde ich jetzt gerade mal direkt auf den Hof fahren. Also hier, die Perspektive, die ist mir eindeutig zu tief angesiedelt. Für das Auto. Und der ist auch ganz schön fix. Der fährt nämlich, glaube ich, auch. Ne, 100, oh ja doch, der schafft sogar 100. So, das, das Pluppen im Hintergrund, das müsste jetzt Jemmy da gewesen sein. Mit dem ich gerade texte. Ii. So. Hoppala, hoppala, hoppala. Ja, da, da. Jemmy, der hat gemeint, ähm, der Dukes war störig. Tja, der hat noch ein Skigolf ins Gefahren, so. Die sind noch ein bisschen aggressiver zu fahren. Gerade durch diese komische Perspektive. Ui. Aber später, wenn wir mal mehr Geld haben. Ich weiß nicht, ob ihr es im Shop gesehen habt. Diesen Mitsubishi. L200. Der lässt sich schön fahren. Das ist ein schönes Auto, aber der kostet auch ein bisschen mehr. Und nein, wir werden uns hier kein Geld entschieden. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Huchala, huchala, huchala. So, ich denke, so kann man die Autos geparkt lassen. Aussteigen. Wunderhübsch. Jetzt haben wir zwei Grüne, zwei Golfs. Auf dem Hof stehen. Ist auch zu ziemlich das Einzige derzeit. Und das soll es auch erstmal für die Aufnahme gewesen sein. Warte mal was ganz kurz für zwischendurch. Für zwischendurch, meine ich. Und jo, da hau ich euch erstmal wieder ab. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.